Und da sind wir wieder, liebe Freunde, bei dem zweiten Teil von Let's Play... Mit Golf! Mit dabei ist natürlich wieder der MC... Niklas! Niklas und Nick Fritti an Bord. Hallihallo alle Crazy Dudes damit und los geht das, würde ich sagen. Gleichstand? Oh Gott, Gleichstand. Wo spielt's jetzt? Wo muss ich denn da? Da ist das Loch, das heißt, da kommt er wieder irgendwo. Wow. Muss. Muss, alles kann nix, muss, sag ich immer, ne? Wo spielt man da hin, ne? Wo spielt man da hin, das ist die Frage, ja. Da platzieren wir jetzt erstmal den Ball, also die Kugel, und dann spielen wir den mal ganz lässig da hin. Ach, das war ganz kacke, ja. Nö, 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 nö. Jetzt spielt man, spielt man den mal ganz lässig da hin. Ja, macht's besser. Kann man durch rechts spielen, das wird natürlich eher richtig sein. Aber, es ist natürlich auch schwierig hinzukommen, jetzt ins Wasser. Bist du nicht, oh Gott. Da geht's hoch. Ach, der kommt wieder zurück. Könnte auch sein, dass es runter geht, das ist da nicht ganz zu erkennen. Könnte auch gleich, das ist da nicht ganz zu erkennen, weil ich ja jetzt muss ich ein bisschen mehr Schmackes annehmen, wo es 68 Prozent ist. Genug. Ich hab's genug. Spiegel, spiegel, ich hab's genug. Oh. Du Nachmacher, du blöder. Blöder Hund, nein. Ja, ach, doch. Hundes. Nein, nein, nein. Oh. Solange du den da reinplotschst. Du willst eigentlich immer den Wassermann. Wieso hab ich denn jetzt dieses? So, die hat er. Weiter geht's im Schokisch. Endlich, ah, das war wieder zu dort. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ach du Scheiße. Eiferbibsch. Hände. Eiferbibsch. Eiferbibsch. Hallo. 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 Das ist ein bisschen verrückt, das Spiel, aber genau das macht es doch so lustig. Hätt. Hallo. Hallo. Ich bin da. Es geht gleich weiter. Es ist kein Zockerrechner, wenn der schon wirklich einfach spielt. Das hat sich natürlich richtig gebraucht. Ja, das ist der Öffnir dran als Steuno. Du kannst ihn jetzt... Der war zu doll. Oh, nee. Jetzt ist er weiter hinter. Das hab ich aber in echt auch noch mal. Das hoffe ich, liebe Freunde. Das ist ja was, was mir besonders liegt. Das werde ich jetzt sehen. Guck und... Na, Scheiße. Ja. Hätt' mal hochgehen können. Eiferbibsch. Oh, 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 oh. Igel, Junge. Eiskalt ist der Typ. Na ja. Eiskalt. Sterb ich im Globo. Mit meinen Jungs, Birdie. Piepe. Ich glaube, dieser Zweifels. Und jetzt war Birdie bei den anderen. Nee. So. Ach. Was ist denn das hier? Da ist ein Loch. Und? Ob wir suchen nach den Nischungen. Nennen wir diesen Part am besten? Ja. Oh, oh, oh. Hä? Soll ich denn da... Ah. Ja. Ich tu nicht so, als wärst du ihn jetzt checken. Nee. So, legen wir da mal eine Kugel hin. Oder geht das noch weiter? Oh, jetzt wo spielt's jetzt hin? Ich spiele. Für die Burg? Natürlich. Oh, 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 der kommt... Nein. Ich spiele da nicht. Du warst dir schwer. Oh. Ja, das ist auch eine Alternative, das natürlich anziehen. Die werde ich nicht wählen, weil... Ich lasse ihn einfach runterkullern. Und dann macht er schon sein Ding alleine. Guck mal. Ja. Igel. Igel hat Jerry. Ich nehm. Da muss ich den auch da runter spielen. Du musst gar nichts. Und dann geht das Wasser. Oh, komm. Komm, nächstes mach ich Paar. Tschüss wieder. Ohne Schien. Ohne Schien. Das ist doch easy, liebe Freunde. Das ist doch easy. Das kann ich doch. Das ist doch nicht. Du kleine, raffinierte... Nein. Stopp. 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 Es bleibt alles so, wie ist es. Also, los geht das. Wie ist es denn die Kausibilität? Ja, da hat einer mal ganz viel... Hat mal einer ganz viel in Physik aufgefallen. Ich habe keine Physik mehr abgewählt. Ach so, ich bin ja der Einzige, der noch dran ist. Von mir gar nicht. Und da sind die Kausibilität. Warst du doll? Das ist ganz gut. Nö. Oh nö. Gute Kutu. Ach du heiliger Klappautermann. Der ist drin. Aber jetzt bin ich mir hin. Das war schon bei den Fußballspielen damals so. Hast du das auch genommen? Aber ich esse gut und dann... Das ist ein mega Comeback. Dann kam das ein mega Comeback von den netten Kühen. So perfekt. Nö, perfekt. Naja. Und die Richtung stimmt nicht, aber... Ich mag das zwar genau richtig. Mein. Einfachwipps. Ich bin doch. Ich bin der Günter. Rennen. Ich will dich nur verwirren. Oh Leute. Wo kann ich jetzt von da... Ich könnte da... Aber der springt ja nicht da rüber. Kannst du mit Bahnhof gehen? Ich bin ja brutal. Ich geh ins Wasser. Oh Gott. Du bist mir so ein bisschen der Zärtliche hier. Mit Kupeln. Ja. Ich hau nur noch drauf. Ah, der ist ja wieder drin. Hach. Kräse du. Was geht denn? Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Ja. 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 Ich glaube, du schaffst das heute noch. Ja. We can do better. Ich führe noch. Ja. Die Tonung auf noch. Du hast schon recht. Die letzten vier Löcher. Ist da alles wegkönnt. Ne. Noch mehr. Würde ich gerne wieder zurückkommen, liebe Freunde. Da denke ich wieder. Also schade, dass man es nicht alles überblicken kann. Dann gibt es doch besser. Alternativen, das zu bestalten. Das wäre ein Igel gewesen, Junge. Da hätte man mir auch mal was gönnen können. Hier geht es weiter. Oh Gott. Ich sag's noch. Ich sag's noch. Auf Anlage hier. Und hauen wir das mit 100% drauf? Ne. Wir machen das. Doch. Nein. Doch. Nein, ich möchte das nicht. Nein. Nein, ich möchte das nicht. Was ist eine schöne Zahl? 26 ist eine schöne Zahl. 28 ist aber auch schön. Sagen wir 27. So. Verdi. Da sind wir wieder bei Piepiepen. Ich versteh auch nicht, ob er halt jetzt auch schon alles gespielt hat. Das hat nicht sollen sein heute und ich bin wieder für uns. Ich dann. Klasse. Ganz, ganz klasse. Ich spiel doch mit einem. Wo geht's dann lang? Ist eigentlich egal, weil ich vorher eh nicht weiß, wer ich jetzt wohin fiel. Also kann ich nur, ich bitte dich jetzt... Ich kann sich für eins der drei bei ja nicht spielen. Ich bin das mal so ein echter. Ich bitte dich jetzt wegzuschauen, damit du nicht weißt, wohin ich spiele. Egal. Keiner kann den Magister was anhaben. Und der geht rein, der geht rein. Nein! Ja, gut. Nyklis bist du. Ich bin Nyklis. Hoppala. Geht echt nicht, nicht? Ich steck neulich an. Aber weiter, Alter. Die Seite geht nicht. Was? Du bist schon da? Ja, hast du nicht gesehen? Nö. Hast du echt weggeguckt, was ich gesagt habe? Ja, Birdie. Nein, ich sing das jetzt nicht. Aber Birdie ist schon müde. Wenn man solche Löcher echt geben würde, solche Spieldinger. Wenn du einfach irgendwo rauskommst, das ist ja lustig. Das ist ein unterirdischer. Ach du Heilige, jetzt muss ich ja mal. Und darfst du dich wieder? Jetzt musst du bei den letzten beiden Löchern mal. Ja, guck mal, das ist doch hier easy. Hauen wir einfach mal mit 100 drauf da den Salat. Ja. Da haben wir mit 100 drauf den Salat. Hast du dich jetzt gemacht? Was hast du denn getan? Du hast das Spiel zum frischen Brat. Da sind wir wieder. Griff am Start mit MC Nicklaus. Nein. Wir setzen da keinen Cut. Das ist alles real. Das ist alles echt. Das gehört dazu. Ja. Aber dich über mich nicht. Die macht nie. Den kann ich reinmachen, oder? Ja, stimmt. Ich ne. Leider nicht spielen. Ne, das macht ich lieber nicht. Wird überhaupt hoch. Das ist mir zu risky. Nein. Au. Ich sag ja. It's all about the schmuggles. Guck mal, ich mach mir 43 schmuggles rein und... Ja. Ich baue meine Führung weiter auf. Oh. Oh. Jesus. Das war aber auch Pech hier. Jetzt hat. Jetzt hat. Da hat er es gepumpt. So. 54 zu 57. Weiter geht's ins Showgeschäft, würde ich sagen. Ist das Loch überhaupt? Da hinten. Schaffe ich das überhaupt nicht so schwierig? Ne. Ne. Das war nicht so so schwierig, aber leider leider nicht. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich überlege halt, wie ich das hier mache. Wir probieren es jetzt mal mit Bande hier so ganz tricky, ja. Ah, ja. Der pendelt nicht wieder zurück. Ja, bitte. Du bist. Und. Oh, 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 oh. Sockte. Nein. Oh. Ja, was? Du du du. Oh. 18 Euro. Oh. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Der obligatorische Siegerapplaus hier bitte. Nee. Da applaudiere ich mir hier selber, wie wirkt das denn? Ja, dann würde ich sagen, gibt es noch was zu sagen? Liken, favorisieren, kommentieren, abonnieren. Abonnieren und bis dahin würde ich sagen, tschüss, tschau, eure Crazy Dude. Tschüss.